Es passt natürlich jetzt ein bisschen wie die Faust auf Auge in dieser Zeit hinein. Also wir haben in den letzten Jahren immer wieder über Ludwig Erhard geredet. War auch spannend, war auch aktuell, soziale Marktwirtschaft beleben. Aber ehrlicherweise war es nicht so aktuell wie jetzt. Das war Ministerpräsident Markus Söder, der das neue Ludwig Erhard Ifo Zentrum für soziale Marktwirtschaft und Institution Ökonomik willkommen heißt, das am 23. September diesen Jahres mit einem feierlichen Festakt in Fürth eröffnet wurde. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts Wirtschaft für Alle. Mein Name ist Ebert Beck und ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Auch mit dabei, zu Gast hier in unserem Studium, ist heute die Leiterin des neuen Ludwig Erhard Ifo Zentrums, Professorin Sarah Necker. Mit ihr möchte ich heute über die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft sprechen und, da ja auch nicht jeden Tag ein neues Forschungszentrum am Ifo-Institut gegründet wird, auch die Eröffnung Revue passieren lassen. Liebe Frau Necker, herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir haben gerade schon Markus Söder bei der Eröffnungsfeier gehört. Manche sprachen ja am 23.09. von dem wichtigen Tag für die Forschung zur sozialen Marktwirtschaft. Wie haben denn Sie als Leiterin dieses neuen Ifo Zentrums diesen Tag erlebt? Für mich war das ein sehr aufregender, ein sehr inspirierender Tag. Aufregend deswegen, weil wir die Gründung von diesem neuen Forschungszentrum gefeiert haben. Das ist ja eine Neugründung von Ifo-Institut Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der Stiftung Ludwig Erhard Haus. Alle drei Institutionen stehen in der Tradition von Ludwig Erhard und haben sich zum Ziel genommen, die soziale Marktwirtschaft zu erneuern. Es hat mich sehr gefreut, dass wir an diesem Tag die Eröffnung von dem Zentrum gefeiert haben. Wir hatten wichtige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft dabei. Wir haben ja gerade Markus Söder gehört. Und mich hat es besonders gefreut und inspiriert, dass wir eine wissenschaftliche Konferenz daran angeschlossen haben. Wir haben wichtige Kolleginnen und Kollegen eingeladen und darüber diskutiert, was nun die zentralen Herausforderungen der sozialen Marktwirtschaft sind. Das klingt nach einer spannenden Mischung aus einerseits der Würdigung dieses neuen Instituts, das ja in einer besonderen Tradition steht, und andererseits schon einer ersten wissenschaftlichen Erörterung, auf die wir gleich noch ein bisschen näher zu sprechen kommen wollen. Zu den Gastgebern zielte auch Ifo-Präsident Clemens Wust. Er stellte das neue Zentrum wie folgt vor. Das neue Forschungszentrum befasst sich damit, das Leitbild der sozialen Marktwirtschaft weiterzuentwickeln. Die soziale Marktwirtschaft, das wissen Sie, ist ein Wirtschaftssystem, das breite Beteiligung am Wohlstand ermöglichen will. Dieses Wirtschaftssystem steht vor großen Herausforderungen. Zu den langfristigen, die Sie ebenfalls alle kennen, gehören Dinge wie der demografische Wandel, die Fachkräfteknappheit, der Klimawandel. Derzeit beschäftigen uns allerdings vor allem akute Probleme, an erster Stelle die Energieverknappung. Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass unser Land vor einer schweren Wirtschaftskrise steht. Wie schwer sie wird, hängt allerdings auch davon ab, ob die Wirtschaftspolitik richtig reagiert. Liebe Frau Necker, Professor Fust spricht hier vom Leitbild der sozialen Marktwirtschaft und großen Herausforderungen unserer Zeit, vor denen diese heute steht. Wo wird das neue Forschungszentrum denn hier konkret ansetzen? Zunächst sollte man vielleicht nochmal genauer erklären, was die soziale Marktwirtschaft überhaupt ist. Vereinfacht gesagt ist es die erfolgreiche Verbindung von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, von wirtschaftlicher Effizienz und sozialem Ausgleich. Die soziale Marktwirtschaft ist ja seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland unsere Wirtschaftsordnung und wird auch in vielen anderen europäischen Ländern praktiziert. Die Idee der Gründerväter war dabei, dass man weder auf eine pure Marktwirtschaft setzt, noch auf Sozialismus, sondern dass man hier einen sogenannten dritten Weg etabliert, der das Beste aus beiden Welten zusammenbringt. Man wollte also einen funktionierenden Wettbewerb auf der einen Seite mit der Absicherung in Notlagen auf der anderen Seite zusammenbringen. Schon den Gründervätern war allerdings klar, dass sich die soziale Marktwirtschaft im Zeitverlauf anpassen muss. Und wie Clemens Fust ja gerade gesagt hat, gibt es jede Menge Herausforderungen, die für uns einen großen Anpassungsbedarf bedeuten. Und wir wollen als ökonomisches Forschungszentrum hier einen Beitrag leisten, in dem wir erforschen wollen, wie die soziale Marktwirtschaft und ihre Institutionen von diesen Herausforderungen betroffen sind und welche Reformen notwendig sind, um diesen Wohlstand für alle, auch für zukünftige Generationen zu bewahren. Bevor wir gleich genauer darüber zu sprechen kommen und auch schon, ich sag mal, einzelne Herausforderungen uns rauspicken wollen, habe ich noch einen anderen Punkt. Und zwar haben Sie ja offiziell erst, kann man sagen, im Juni diesen Jahres, im Juni 2022, Ihre Arbeit aufgenommen. Man kann vielleicht auch sagen, Ihr Amt offiziell angetreten. Und schon jetzt gibt es erste Forschungsergebnisse aus dem Zentrum. Und zwar haben Sie eine repräsentative Umfrage zur Wahrnehmung der sozialen Marktwirtschaft in der Bevölkerung durchgeführt. Das fand ich ganz interessant. Können Sie kurz beschreiben oder zusammenfassen, was ist denn dabei rausgekommen? Was denken oder wie stehen die Menschen in Deutschland zur sozialen Marktwirtschaft? Ja, ganz generell ist es mir ein Anliegen, als erstes mal zu klären, wo steht denn überhaupt die soziale Marktwirtschaft. Ich denke, das ist ein Auftrag, den dieses Zentrum entführt hat. Und deswegen haben wir eine Umfrage durchgeführt unter den Bundesbürgern. Und die zeigt, dass die soziale Marktwirtschaft grundsätzlich sehr beliebt ist. Wir finden, dass 75 Prozent der Befragten die soziale Marktwirtschaft positiv beurteilen. Also ich finde, das ist eine sehr breite Zustimmung. Natürlich kann man sagen, da gibt es schon noch Luft nach oben. Interessant fand ich vor allen Dingen, dass wir Unterschiede finden zwischen den Probanden. Es zeigt sich, dass die Leute mit höherem Bildungsabschluss und mit höherem Haushaltseinkommen die soziale Marktwirtschaft positiver beurteilen. Also der soziale Status in der Gesellschaft hier eine Rolle zu spielen scheint. Dann haben wir untersucht, ob es Unterschiede zwischen den Anhängern verschiedener Parteien gibt. Und da finden wir, dass interessanterweise zwischen den staatstragenden Parteien, also Union, SPD, Grüne und FDP, keine Unterschiede bestehen. Die Anhänger der Linken, der AfD und der Nichtwähler allerdings beurteilen die soziale Marktwirtschaft deutlich schlechter. Welche Schlüsse kann man denn aus diesen Ergebnissen ziehen? Was kann man damit anfangen? Also ich finde das erstmal interessant zu wissen. Tatsächlich gibt es daraus aber noch nicht so viele interessante Erkenntnisse, die man ziehen kann. Denn wir wissen jetzt noch nicht, welche Ursachen dafür verantwortlich sind, dass es diese Unterschiede gibt. Und genau da wollen wir ansetzen. Wir wollen beispielsweise untersuchen, welche Rolle Unterschiede in der ökonomischen Bildung spielen oder in der Wahrnehmung der Leute darüber, wie Institutionen funktionieren. Wir wollen wissen, welche Rolle unterschiedliche Gerechtigkeitsvorstellungen spielen. Und wir bereiten in diesem Zusammenhang auch weitere Auswertungen vor. Wir haben in dieser Umfrage noch mehr Informationen zusammengetragen. Zum Beispiel haben wir Ergebnisse dazu, was die Menschen überhaupt unter der sozialen Marktwirtschaft verstehen. Und wollten auch herausfinden, wie sie darauf reagieren, wenn man ihnen die Ideen der Gründerväter präsentiert, wie sich dadurch ihre Einstellungen zur sozialen Marktwirtschaft ändern. Wir schreiben das gerade auf und werden bis zum Jahresende die Ergebnisse in den IFO-Schnelldiensten veröffentlichen. Ich möchte nochmal zurück zur Eröffnung kommen. Sie haben ja schon gesagt, es wurde nicht nur gefeiert, sondern es wurde auch schon gearbeitet. Vor allem in der Konferenz wurde ja vertieft über diese zentralen Herausforderungen diskutiert. Beschrieben war die Konferenz mit dem Titel Klima, Corona, Krieg, steht die soziale Marktwirtschaft vor einer Zeitenwende. Sie hatten da vier Themenblöcke, vier Panels definiert, zu denen es insgesamt zwölf Impulsreferate von hochrangigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gab. Nach welchen Kriterien hatten Sie denn diese Themenblöcke definiert? Also natürlich wollten wir das große Thema dieser Tage behandeln, nämlich die Frage, wie die Krisen die geoökonomischen Strukturen verändern und ob wir uns jetzt eher abschotten sollten oder für eine vertiefte Globalisierung eintreten sollten. Dann haben wir uns vorgenommen, zu untersuchen, wie die Krisen die Gesellschaft verändern. Wir wollten auch wissen, was sie für die Reformwilligkeit der Politik bedeuten. Und zudem haben wir uns die Frage gestellt, welchen Einfluss die Krisen auf die Wirtschafts- und Finanzpolitik haben. Ob unter diesen neuen Bedingungen jetzt Detailsteuerung angesagt ist oder eher Ordnungspolitik. Zu diesem Thema hat Dr. Wolf Reuter referiert, der Chefökonom im Bundesfinanzministerium ist. Können wir da mal reinhören? Der Fokus ist neu. Wir haben uns in den letzten Jahren sehr stark auf die Nachfrageseite konzentriert, wenn es darum ging, Wirtschaftspolitik und Finanzpolitik zu machen. Wir haben also sehr stark die Nachfrageseite gestützt. Und jetzt in der aktuellen Situation mit niedrigem Wachstum und hohen Inflationsraten hilft das nicht mehr, sondern wir müssen uns da jetzt ganz stark auf die Angebotsseite konzentrieren. Frau Necker, was ist denn damit gemeint, wenn Herr Dr. Reuter von der Angebots- und Nachfragesseite spricht und mal ganz naiv nachgefragt, warum müsste sich die Wirtschafts- und Finanzpolitik, um die es ja geht, denn gerade jetzt stärker auf diese, wie er sagt, Angebotsseite fokussieren? Mit der Nachfrageseite meint Wolf Reuter hier die Stützungsmaßnahmen, die im Rahmen der Krisen stattgefunden haben. Diese Stützungsmaßnahmen sind nicht grundsätzlich falsch. Man sollte allerdings darauf achten, dass sie nur kurzfristig gemacht werden. Angebotspolitik hingegen ist eher längerfristig orientiert. Da geht man davon aus, dass Wirtschaftswachstum am besten durch unternehmensfreundliche Politik sichergestellt werden kann, dass man attraktive Rahmenbedingungen schafft, beispielsweise durch niedrige Steuern und geringe Bürokratie. Und Angebotspolitik wird auch als Trickle-Down-Theorie bezeichnet, weil hier die Annahme ist, dass sie zu einem größeren Angebot führt, zu günstigeren Preisen, die sich dann in mehr Beschäftigung niederschlagen, sodass schlussendlich alle davon profitieren, dass sich so Trickle-Down durch die Gesellschaft nach unten profitiert wird. Beim Thema Finanzpolitik haben wir ja gerade im Kontext der letzten Krisen immer mal wieder auch über das Thema der Schuldenbremse und auch der Staatsverschuldung gesprochen. Gerade ganz konkret im Kontext der Corona-Krise und auch jetzt wieder, kann man sagen, im Kontext der Energiekrise, werden ja immer wieder Stimmen laut, die behaupten, die Schuldenbremse würde nur stören, sie sei pure Ideologie, einige fordern sogar, sie komplett abzuschaffen. Aus Sicht der Ökonomen, sollte man für eine Neuausrichtung der Wirtschaftspolitik die Schuldenbremse abschaffen? Ich finde in diesem Zusammenhang wichtig, dass man sich vor Augen führt, warum es die Schuldenbremse überhaupt gibt. Die wurde ja 2009 eingeführt, in einer Zeit, in der wir steigende Staatsschulden beobachtet haben. Auf der anderen Seite klar war, dass der demografische Wandel den Staatshaushalt zunehmend und weiterhin belasten wird. Und um dem entgegenzuwirken, hat man sich in der Schuldenbremse darauf verständigt, dass man die Neuverschuldung begrenzt. Und es zeigt sich in den letzten Jahren, dass wir sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. Die Staatsschulden sind zurückgegangen. Das ist sicherlich auch auf die Schuldenbremse zurückzuführen, auch auf die gute wirtschaftliche Lage, die wir in den letzten Jahren erlebt haben. Wir haben gesehen, dass wir sehr gute Finanzierungskonditionen haben. Und all das hat uns ermöglicht, in den Krisen, die wir jetzt erlebt haben, auf diese Abschwünge zu reagieren. Wir hatten einen sehr guten Puffer. Würde man jetzt die Schuldenbremse abschaffen, dann würde man sich dieser Vorteile berauben. Und zudem würde man hier auch einen Glaubwürdigkeitsverlust riskieren auf den Finanzmärkten in der Gesellschaft. Und deswegen finde ich diese Bestrebungen sehr ungünstig. Es gibt ja einige, die auch sagen, dass wir uns eigentlich schon in einem Dauerkrisenmodus befinden, um vielleicht an der Stelle den Übergang zu unserem nächsten Thema zu schaffen. Ein Argument oder ich sag mal eine Krise, die ja oft auch als Argument für die Abschaffung der Schuldenbremse oder zumindest für eine, ich sag mal, Aussetzung der Schuldenbremse auf unbestimmte Zeit genutzt wird, ist der Klimawandel. Also das Argument ist, ein bisschen verkürzt formuliert, dass man so einfach mehr Geld für Klimaschutzinvestitionen hätte. Das Wort Klimawandel war ja auch im Konferenztitel mit drin. Wenn es jetzt, wie wir gehört haben, durchaus gute Gründe gibt, an der Schuldenbremse festzuhalten, was wären denn andere Ansätze? Was sind Mittel und oder Instrumente, um aus ökonomischer Sicht den Klimawandel zu bekämpfen? Ja, also zu der Idee, dass man die Schuldenbremse abschaffen sollte, um Klimaschutzinvestitionen zu tätigen, möchte ich sagen, dass Klimaschutzinvestitionen hier im größten Ausmaß durch den privaten Sektor erfolgen müssen und dass bei dieser Diskussion manches Mal vergessen wird. Zu der Frage, wie man den Klimawandel eigentlich bewältigen kann oder welche Maßnahmen notwendig sind, da sind sich Ökonomen weitgehend einig, nämlich, dass man hier mit einer Bepreisung der Umweltschäden arbeiten sollte, insbesondere mit der Bepreisung von CO2-Emissionen. Und zwar das möglichst auf globaler Ebene, damit man sich als einzelnes Land eben nicht schlechter stellt, für andere im schlechtesten Fall sogar die Bedingungen noch verbessert in der Wettbewerbsfähigkeit. Und um das global zu erreichen, wird eine Idee diskutiert, die unter dem Titel Klimaclubs läuft, also dass sich die großen Nationen zusammenschließen. Und was das genau bedeutet, das hat meine Kollegin Karen Pittel im Rahmen der Konferenz erläutert. Aus der ökonomischen Analyse kennen wir das Phänomen, dass im Prinzip sehr große Kooperationen, Koalitionen von Staaten in der Regel sehr wenig erreichen. Und das sehen wir ja im Prinzip auch in Bezug auf die UN-Klimaverhandlungen, wo über 190 Länder versuchen, gemeinsam ein Abkommen zu schließen. Wenn ich mehrere Länder nehme, also weniger Länder, die sich aber auch ähnlicher sind, die die gleichen Ziele möglicherweise dann auch verfolgen, dann habe ich einfach wesentlich bessere Chancen, dass das zu einem höheren Ambitionsgrad führen wird, als wenn ich eine riesen Koalition zwischen allen Staaten haben würde. Und deswegen ist meine Hoffnung schon, dass es zu so einem Klimaclub kommt, wenn der vielleicht auch nicht dem Idealtypus, alle haben exakt die gleiche Klimapolitik und wir haben bestimmte Abgrenzungen nach außen mit bestimmten Elementen. Da gibt es ja so typische Standardkomponenten. Wird vielleicht nicht genau dem entsprechen, aber aus meiner Sicht werden wir es anders kaum schaffen, als über solche ambitionierten Koalitionen, die etwas kleiner sind als das Globale. Ambitionierte Koalition von Klimaclubs. Werden Sie, Frau Necker, diesen Gedanken in Ihrer Forschung und in der Forschung des Zentrums mit aufgreifen? Also die Frage, wie man zu einem nachhaltigen Lebenswandel kommt, die ist natürlich total aktuell, total wichtig und auch für die Zukunft der sozialen Marktwirtschaft zentral. Man spricht ja heutzutage oft gar nicht mehr von der sozialen Marktwirtschaft, sondern von der sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Und in dem Bestreben, diese soziale Marktwirtschaft zu verorten, wollen wir diesen Aspekt auch berücksichtigen. Zu tiefer gehenden Analysen wollen wir hier allerdings auf Kooperationen setzen, auf die Expertise aus den anderen IFO-Zentern, zum Beispiel Karin Pittel oder Kooperationen mit der Universität Erlangen-Nürnberg, beispielsweise mit der Kollegin Veronika Grimm und wollen dann in diesem Zusammenhang einige Themen tiefergehend bearbeiten. An der Stelle möchte ich vielleicht einen kleinen Sprung wagen zu einem weiteren Aspekt, der bei der Konferenz diskutiert wurde. Und zwar ging es da um die Frage, wie Krisen unsere Gesellschaft verändern. Da fand ich einen Punkt ganz interessant. Und zwar zeigen Untersuchungen ja, dass die individuelle Entscheidung, ob ich oder ob ein Individuum Politik richtig oder falsch findet, letztlich auch sehr, sehr stark von der individuellen Betroffenheit abhängt. Also mal kurz auf den Punkt gebracht, wer negativ von der Politik betroffen ist, findet sie falsch. Wem sie nutzt, der stimmt generell zu. Klingt erstmal logisch, klingt vielleicht auch ein bisschen egoistisch gedacht. Aber wenn man das jetzt vielleicht mal auf die ganze Gesellschaft hochdekliniert, kann das natürlich auch eine Gesellschaft spalten. Zumindest habe ich so Dr. Lisa Windsteiger verstanden, die im dritten Panel referiert hat. Und, das kann ich glaube ich an der Stelle dazu sagen, die ja jetzt auch Mitglied ihres Teams in Fürth ist. Die gesellschaftliche Polarisierung ist in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen. Und das liegt, denke ich, zum einen an den sozialen Medien zum Teil, die ja absichtlich so gestaltet sind, dass die Algorithmen die Menschen in ihren eigenen Bubbles unterhalten. Und dadurch geht aber ein Teil der gesamtgesellschaftlichen Kommunikation verloren. Und wir kommunizieren viel mehr untereinander mit Menschen, die ohnehin schon einer Meinung sind. Und weniger mit anderen Gesellschaftsgruppen, die vielleicht andere Standpunkte haben. Und das führt zu einem tendenziell weiteren Auseinandertriften der Gesellschaft. Und das kann natürlich besonders in Krisen, wo eben auch Maßnahmen gefordert sind von der Politik, dann zum Problem werden, wenn sich ein Teil der Gesellschaft von der Politik oder von den Maßnahmen dann benachteiligt fühlt und nicht gehört, nicht gesehen fühlt und dann tendenziell auch empfänglich ist für vermeintlich einfache Lösungen von Populisten. Liebe Frau Necker, das klingt, wenn man das jetzt mal so hört. Und natürlich hat man da, glaube ich, auch im Hinterkopf die Diskussionen und Erfahrungen, die man jetzt im Kontext der Corona-Krise oder jetzt auch im Kontext des Ukraine-Kriegs gemacht hat. Das klingt erst mal etwas bedrohlich. Wie kann man denn hier gegensteuern? Also ganz konkret auf das Problem, was Lisa Windsteiger hier anspricht, nämlich die zunehmende Polarisierung, die auf die zunehmende Bedeutung der sozialen Medien zurückgeführt werden kann. Hier ist ein wichtiger Lösungsmechanismus, dass man die Medienkompetenz der Leute stärkt, dass man eben darüber aufklärt, wie solche sozialen Medien überhaupt funktionieren, dass sie eben möglicherweise solche Polarisierungstendenzen verstärken können. Etwas grundsätzlicher ist hier ökonomische Bildung wichtig, dass die Leute darüber aufgeklärt werden, wie ökonomische Mechanismen funktionieren. Oder noch sehr viel grundsätzlicher, dass man die Ungleichheit bekämpft, die sicherlich auch eine Ursache von Polarisierung ist. In Fürth wollen wir auch dazu forschen, wie Politik kommuniziert werden kann, dafür, dass die Menschen sie verstehen und solche Tendenzen weniger stark stattfinden. Über den Stellenwert, den Kommunikation hier hat, spricht auch Prof. Dr. Andreas Peichel. Die wichtigste Voraussetzung ist, dass man starke Führungspersönlichkeiten hat, die vorangehen, die Entscheidungen treffen, die auch unpopulär sind. Und damit man diese Entscheidungen auch umgesetzt bekommt, ist es sehr wichtig, auch zu kommunizieren. Warum macht man die Reform? Warum trifft man welche Entscheidungen? Wer ist davon wie betroffen? Und das Ganze eben auch dann noch wissenschaftlich zu begleiten, zu evaluieren. Würden Sie Prof. Peichel hier zustimmen? Warum ist das so wichtig? Ja, ich würde Andreas Peichel hier in jedem Fall zustimmen. Denn Politiker, die Reformen umsetzen möchten, sollten im Hinterkopf haben, dass Reformen ex ante immer mit Unsicherheit versehen sind. Die Menschen also nicht wissen, verlieren sie von der Reform oder gewinnen sie. Die verhaltensökonomische Forschung zeigt, dass Menschen den Status quo bevorzugen, also das, was sie schon haben. Sie haben Angst vor Verlusten. Und diese Verluste wiegen schwerer als die Gewinne, die sie haben können. Und das zu überwinden, das können Politiker versuchen, indem sie darüber kommunizieren, wer verliert von einer Reform, wer gewinnt von einer Reform. Und in diesem Zusammenhang sind eigentlich Krisen auch ganz nützlich. Denn Krisen stellen den Status quo ja infrage. Insofern zeigt sich, dass es hier eine größere Reformbereitschaft gibt, die Politiker also eigentlich diese Situation nutzen sollten, um Reformen zu implementieren. Ganz getreu dem Motto, wenn ich das mal aus dem Gedächtnis zitieren darf, nach dem Zitat von Winston Churchill, das glaube ich auch auf der Konferenz gefallen ist, Never let a good crisis go to waste. Liebe Frau Professor Necker, vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sie haben ja schon Überblicke gegeben, welche Themen Sie in Fürth mit Ihrem Team und mit den Kooperationspartnern behandeln werden. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Vielen Dank. Ich freue mich auf die Arbeit. Am Ende noch einen kleinen Hinweis an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt bis zum Schluss dabei geblieben sind. Und zwar gibt es in der November-Ausgabe des IFO-Schnelldienst noch einen ausführlichen Bericht, den wir über die Eröffnungskonferenz in Fürth geschrieben haben. Und, um wieder den Bogen zurück zum Anfang zu spannen, den Festakt zur feierlichen Eröffnung des Zentrums, inklusive der Festrede von Markus Söder, den haben wir auch als Video zum Nachschauen. Beides gemeinsam mit der Website des neuen Forschungszentrums in den Schaunauts verlinkt. Das war Wirtschaft für alle, der Podcast des IFO-Instituts aus München, oder in diesem Fall aus Fürth. Ich freue mich auf die Eröffnung des Zuhörerinnen und Zuhörer.